Hallo und willkommen zu diesem ersten Regelerklärungsvideo zu Warmaster. Ich habe bereits ein Video gemacht in dem ich so eine grundsätzliche Einführung in das Thema gemacht habe, also was braucht man alles um anzufangen, was gibt es da für Quellen und nützliche Sachen und wie ist die Basierung und die Armeeaufstellung und so weiter. Das verlinke ich einerseits in der Videobeschreibung unten, schaut da bitte rein oder oben hier in der Ecke vom Video. Generell als Einführung Warmaster ist ja ein System bei dem es sehr auf Command & Control ankommt. Man nimmt als Spieler also mehr die Perspektive eines Feldherrn ein, der zwar Befehle gibt, aber nicht immer so die komplette Kontrolle über jede Einheit unbedingt hat, was ja so ein bisschen ein Fog of War im Prinzip darstellt. Also mal kommt Bote nicht durch, mal werden Befehle vielleicht falsch verstanden oder die Einheit ist gerade irgendwie mit was beschäftigt und kann eben ihre Befehle nicht ausführen. Das heißt Warmaster ist an der Stelle durchaus abstrakter als, ja ich nenne es jetzt mal das Muttersystem damals Warhammer Fantasy war. Bei Warhammer Fantasy hatte man ja durchaus einzelne Modelle, die man auch entfernt hat und die verschiedene Ausrüstung und Aufgaben hatten. Standardenträger, Musiker, Champion, diese ganzen Sachen. Da ist Warmaster wesentlich abstrahierter an der Stelle. Man nimmt als Spieler da auch eine höhere Flugebene ein im Prinzip und Nahkämpfe und so weiter. Das ist relativ einfach, sage ich mal, im Vergleich zu dem an der Stelle detaillierteren Warhammer. Das heißt der Fokus liegt wirklich auf den Befehlen und ob die klappen oder nicht. In dem Sinne ist Warmaster klassisches I go, you go. Das heißt ich als Spieler mache meine komplette Armee und meine alle meine Phasen durch und dann ist mein Gegner dran. Es gibt also nichts Alternierendes da drin. Das heißt Warmaster wird in Runden gespielt. Jede Runde ist eben erst der erste Spieler dran, dann der zweite Spieler und durchläuft jeweils diese drei Phasen. Das ist die Befehlsphase, die Schussphase und die Nahkampfphase. In diesem Video will ich mich jetzt speziell dem Herzstück von Warmaster widmen, nämlich der Befehlsphase. Einheiten bewegen sich bei Warmaster nicht einfach von alleine, sondern es braucht Befehle, damit sie sich bewegen. Dann können sie aber auch durch mehrere Befehle mehrere Aktionen unter Umständen machen. Es gibt direkt eine Ausnahme zu dieser Regel und das ist die sogenannte Eigeninitiative und die wird auch am Anfang der Befehlsphase abgehandelt. Einheiten können aus Eigeninitiative handeln, wenn sie einen Gegner sehen, der sich innerhalb von 20 cm um sie befindet. Dann können sie auf den nächsten Gegner reagieren. Einheiten sehen, was sich vor ihrer Frontlinie befindet. Das heißt, wenn man die Linie um das erste Base verlängert nach links und rechts, dann ergibt das den gesamten Sichtbereich, den die Einheit sehen kann. Sie kann jetzt auf eine Einheit, die sich innerhalb dieser 20 cm befindet, was jetzt hier der Fall ist. Diese Einheit wäre am nächsten. Auf diese kann sie reagieren, indem sie entweder einen Angriff auf diese Einheit ausführt oder sich von dieser Einheit zurückzieht. Das heißt, zu Beginn der Befehlsphase wird erstmal geschaut, welche Einheiten haben Gegner innerhalb von 20 cm und können da entsprechend reagieren. Das heißt, eine Nahkampfeinheit in dem Fall, die könnte jetzt hier zum Beispiel direkten Angriff ausführen, während diese Schützeneinheit, die sich auch innerhalb von 20 cm um diese Einheit befindet, sich jetzt in gerader Linie auf direktem Wege zurückziehen könnte, bis zu ihrer Bewegung, also maximal bis zu ihrer Bewegungsfähigkeit von 20 cm. Infanterie hat eine Bewegung von 20 cm pro Befehl beziehungsweise pro Eigeninitiative in dem Fall bei Kavallerie sind es 30 cm. Wichtig, die Eigeninitiative ist bei Kavallerie dadurch nicht größer. Kavallerie hat nur eine Eigeninitiative oder jede Einheit hat nur eine Eigeninitiative von 20 cm. Dementsprechend diese Kavallerieeinheit hier könnte nicht auf Eigeninitiative irgendwas machen. Wenn ich eine Einheit bewege, dann bewege ich einzelne Basen. Das heißt, natürlich müssen die hinterher noch in Kontakt stehen, denn die Einheit besteht ja insgesamt aus diesen drei Basen. Allerdings kann ich durchaus während meiner Bewegung diese Formation wechseln und im Falle eines Angriffs kann ich hier auch ohne Probleme ausfächern und auf volle Breite gehen, damit jedes Base zuschlagen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier unsere Initiative abgehandelt, unsere Helle-Balliereinheit hat angegriffen, unsere Schützen haben sich auf Initiative direkt vom nächsten Gegner zurückgezogen, den sie sehen konnten und jetzt kämen wir dazu Befehle zu sprechen. In der Befehlsphase wähle ich einen Kommandanten und dieser wählt eine Einheit, der einen Befehl geben möchte. In diesem Beispiel gehen wir einfach davon aus, das ist ein Imperialer General, der hat einen Befehlswert von 9 und er möchte jetzt diese Ritter-Einheit kommandieren. Dazu würfel ich und muss unter meinen Befehlswert kommen. Ich habe jetzt hier eine 5 gewürfelt insgesamt, das heißt der Befehl hat geklappt und ich nutze den jetzt, um die Einheit zu bewegen. Die Kabalerie hat 30 cm und ich kann Ausrichtung und so weiter alles frei ändern, solange ich eben kein Base weiter als diese 30 cm bewege. So, die Einheit steht jetzt hier hinten und ich möchte jetzt einen zweiten Befehl geben. Einheiten können in einer Befehlsphase bis zu drei Befehle bekommen, allerdings wird das mit der Zeit auch schwerer. Jeder Folgebefehl ist um 1 schwieriger und es gibt weitere Faktoren, die dazukommen. Die Einheit ist jetzt außerhalb der 20 cm. Für jede 20 cm, die sie vom Kommandanten entfernt ist, wird der Wurf um 1 schwerer. Das heißt für einen Kommandanten, der am anderen Ende des Schlachtfeldes steht oder zumindest sehr weit weg, wird es sehr schwer, Einheiten zu kommandieren. Und dementsprechend macht es das auch schwer, wenn ich Einheiten weit bewegen will, dann habe ich einerseits eben das Minus 1 für den zusätzlichen Befehl und das Minus 1 für, oder Minus 1, Minus 2, wie auch immer, für je 20 cm. Ein weiterer Faktor, der hier jetzt erschwerend hinzukommt, wenn sich Einheiten des Gegners innerhalb von 20 cm, um die zu befehligende Einheit befinden, wird es nochmal um 1 schwieriger. Das heißt, wir haben jetzt in diesem Beispiel einen Kommandowert von 9, Minus 1, weil es sich um einen Folgebefehl handelt, den ersten, Minus 1, weil die Einheit weiter weg ist als 20 cm vom Kommandanten, und Minus 1, weil sich Gegner innerhalb von 20 cm befinden. So, ich würfel eine 7, das reicht nicht. Wir haben 9, Minus 3 wäre die 6. Bei einer 6 hätte ich jetzt hier quasi den Angriff in die Flanke machen können. So passt es leider nicht. Der Befehl ist schief gegangen, der Kommandant ist somit fertig und die Einheit kann auch keine Befehle mehr bekommen. Für das Geben von Befehlen gibt es noch zwei weitere Faktoren, also zur Erinnerung, wir haben 3 bisher, nämlich einerseits für jeden Folgebefehl Minus 1, für jeweils 20 cm, die sich die Einheit vom Kommandanten entfernt befindet, Minus 1 und dann nochmal ein Minus 1, wenn sich Gegner in der Nähe von 20 cm befinden. Ein weiterer Faktor, der ebenfalls Minus 1 gibt, ist, wenn sich die zu befehligende Einheit in schwierigem Gelände befindet, wie zum Beispiel einem Wald, oder wenn die Einheit schon Verluste erhalten hat und hier für jedes Base, das sie schon verloren hat. Das heißt, in diesem Fall hier, wenn diese Ritter-Einheit nur noch zwei Basen hat, hat sie eins verloren. Das heißt, der Befehlswurf ist um eins erschwert. Wenn man Befehle gibt, typischerweise hat man mehrere Kommandanten in seiner Armee. Dabei ist zu beachten, sobald ein Kommandant einen Befehlswurf nicht schafft, darf er in dieser Befehlsphase keine Befehle mehr geben. Und wenn der General der Armee, also der Oberbefehlshaber, seinen Befehlswurf verpasst, dann darf kein anderer Kommandant mehr Befehle geben. Das führt in der Regel dazu, dass man dem General als letztes seine Befehle geben lässt. Das ist aber nicht verpflichtend. Also wenn es sinnvoll ist, dass vielleicht der General irgendwas, weil er typischerweise auch den höchsten Befehlswert hat, irgendwas sehr, sehr Wichtiges zuerst macht, um vielleicht auch Platz für andere Einheiten zu schaffen, die dann von anderen Kommandanten befehligt werden könnten, dann kann man das auch so machen. Aber typischerweise ist oft der General der Armee der, der als letztes seine Befehle gibt. Das heißt, hier in diesem Beispiel könnte ich mir jetzt überlegen, wenn ich diese Armbrustschützen hier im Wald kommandieren möchte, dann kann ich das hier mit dem Magier beispielsweise machen, denn auch Magier haben einen Kommandowert, der typischerweise recht niedrig ist, aber trotzdem können sie Truppen befehligen. Oder ich kann es eben mit meinem General machen, der weiter weg ist und dadurch ein Minus 1 gibt. In diesem Falle würde es wahrscheinlich Sinn machen, tatsächlich das mit dem Magier zuerst zu machen, damit der General diese Ritter kommandieren kann, denn hier hätte ich dann auf diesem Befehlswurf schon Minus 2, ich bin weiter als 20 Zentimeter weg, die Einheit ist im schwierigen Gelände und wenn ich den versau, habe ich keine Möglichkeit mehr, die Ritter zu befehligen, da mein General ja seinen Befehlswurf versaut hat und sonst kein Kommandant mehr den Befehl geben darf. Wichtig beim Befehligen von Einheiten ist außerdem noch, dass eine Einheit in der Regel nur von einem Kommandanten befehligt werden kann. Das heißt, nachdem ich einer Einheit einen Befehl gegeben habe, egal ob der klappt oder nicht, kann kein anderer Kommandant hier noch einen Befehl geben. Ebenso wenig kann ich hin und her springen, das heißt erst Einheit A bewegen, dann Einheit B und dann nochmal Einheit A. Ich muss also alle Befehle für eine Einheit immer komplett abhandeln und ich muss auch einen Kommandanten immer komplett abhandeln, sobald der quasi fertig ist und der Nächste einen Befehl versucht, ist es nicht mehr möglich, auf den ersten Kommandanten zurückzuwechseln. Eine schöne Sache bei Wormers ist, dass man eben nicht nur Einheiten allein Befehle geben muss, sondern auch sogenannte Brigaden bilden kann. Brigaden können aus bis zu vier Einheiten bestehen, das können auch ganz unterschiedliche Einheiten sein, wie jetzt hier in diesem Beispiel. Ich habe hier eine Schützeneinheit, eine Helvadiereinheit, eine Einheit Flaggelanten und diese angeknabberte Einheit Ritter. Diese bilden jetzt eine Brigade und ich kann die mit einem Befehl zusammen bewegen. Beim Befehl wegen einer Brigade können verschiedene Modifikatoren zusammenkommen, abhängig davon, wie es eben in den Einheiten der Brigade aussieht. Wenn ich mit meinem Kommandanten jetzt weiter als 20 cm von dieser äußersten Einheit bin, dann würde das Befehligen der Brigade minus 1 geben, weil eben die eine dieser Einheiten in der Brigade zu weit weg ist. Ebenso würde es minus 1 geben, weil diese Einheit schon einen Verlust bekommen hat. Das heißt, das gilt dann für die gesamte Aktivierung der Brigade. Allerdings, wenn diese Einheit jetzt auch bereits einen Verlust bekommen hat, dann ist es trotzdem nur minus 1 für die Verluste. Es addiert sich also nicht auf an der Stelle. Bei der Bewegung einer Brigade können sich die Einheiten trotzdem alle letztendlich individuell bewegen. Allerdings müssen sie am Ende der Bewegung der Brigade immer noch zueinander Kontakt haben. Das heißt, sie können die Formation, in der sie sind, wechseln. Sie können ihre relative Position ändern, müssen aber dabei beachten, dass eben alle Einheiten noch in Kontakt miteinander bleiben und dass kein Stand sich weiter bewegt als seine Grundbewegung. Also ich habe jetzt hier einfach mal eine beispielhafte Bewegung durchgeführt. Man sieht, die beiden Infanterieeinheiten in der Mitte sind gleich geblieben, während sich die Position dieser beiden Einheiten hier relativ zur Brigade geändert hat. Eine Brigade muss sich nicht zwingend zusammen bewegen. Das heißt, ich kann jetzt beispielsweise als zweiten Befehl mich entscheiden, nur diese beiden äußeren Einheiten zu bewegen, würde dann ein Befehlswurf würfeln. Natürlich minus 1, weil diese Einheiten schon einmal einen Befehl erhalten haben, würde dann nur diese Teile der Brigade bewegen und der Rest würde stehen bleiben. Das heißt, es ist jederzeit möglich, Teile einer Brigade mit einzelnen Befehlen, also entweder einzelne Einheiten oder eben Subbrigaden zu bilden und diese von der Hauptbrigade wegzuziehen mit einem Befehl. Was allerdings nicht geht, ist quasi während der Befehlsphase eine neue Brigade zu bilden und die dann zu bewegen. Das heißt, wenn dieser Einheit hier separat stehen würde und ich würde sie jetzt mit einem Befehl hier anschließen, dann hätte ich zwar eine Brigade gebildet, könnte sie aber in dieser Befehlsphase nicht mehr kommandieren. Das könnte ich dann erst in der nächsten Befehlsphase machen. Im Falle von Eigeninitiative, also am Anfang der Runde, das gilt nicht für eine Brigade, sondern Eigeninitiative ist etwas, was Einheiten individuell machen. Das heißt, in diesem Fall habe ich hier zwar eine Brigade, könnte hier einen aus Eigeninitiative angreifen. Das würde aber nur die beiden vorderen Einheiten betreffen, denn die Einheiten der Brigade werden nicht automatisch mitgezogen und die sehen auch selbst nichts. Das heißt, die können gar nicht auf Eigeninitiative handeln. Im Fall von Angriffen werden immer Einheiten einzeln aktiviert und das ist im Besonderen wichtig für die Eigeninitiative, denn hier muss ich die erste Einheit oder die nächste gegnerische Einheit angreifen. Und die Reihenfolge hier kann ich mir selbst wählen. Und in diesem Beispiel jetzt mit meinen Helbandieren müsste ich diese Einheit hier angreifen. Das würde aber dazu führen, dass meine Ritter plötzlich kein Ziel mehr haben, dass sie angreifen können. Das Ziel vor ihnen direkt ist leider nicht mehr sichtbar und auch nicht mehr erreichbar und das Ziel hintendran ist leider außerhalb der Reichweite von 20 cm. Was anderes ergibt sich, wenn ich mit den Rittern zuerst angreife. Jetzt sehen die Helbandiere diese Einheit nicht mehr und die nächste Einheit für sie ist die Einheit dahinten, die sie vorher nicht hätten auf Eigeninitiative angreifen können. Wichtig ist hierbei also eigene Einheiten oder generelle Einheiten blockieren, die Sichtlinie. Kommandanten tun das allerdings nicht. Ein Kommandant, durch den kann man sich immer durchbewegen, durch den kann man durchsehen. Ein Kommandant fungiert in dem Spiel im Prinzip nur als Marker. Für das Geben von Befehlen ist auch generell noch wichtig, dass es abgesehen von diesen 20 cm, die einen Modifikator darstellen, auch eine Befehlsreichweite für die einzelnen Kommandanten gibt. Typischerweise hat der General einer Einheit eine Befehlsreichweite, die über den ganzen Tisch geht. Das heißt, er kann wirklich vom einen Ende aufs andere Ende vom Tisch einen Befehl geben. Helden haben typischerweise eine Befehlsreichweite von 60 cm, also schon recht weit. Allerdings können Einheiten auch aus dieser Befehlsreichweite raus sein oder sich rausbewegen und dann kann man eben keine Befehle mehr geben. Bei Magiern sieht das da noch schwieriger aus. Sie haben nämlich nur 20 cm. Das heißt, die können nur Befehle in unmittelbarer Umgebung geben. Wird von einem Kommandant ein Befehlswurf mit einem 6er Pasch abgelegt, dann nennt sich das im englischen Blunder und im deutschen Zwischenfall und da heißt es immer, dass irgendwas furchtbar schiefgelaufen ist, die Befehle falsch verstanden wurden. Das gilt nur für den Fall, dass ein Zauberer oder Held, das heißt ein Unterkommandierender, diesen Befehlswurf versaut hat. Das gilt nicht für den General der Armee, denn da geht man wohl davon aus, dass der weiß, was er tut. Im Falle eines dieser Zwischenfälle wird dann ein W6 auf der entsprechenden Tabelle gewürfelt und geschaut, was da gerade schiefgegangen ist. Am Ende der Befehlsphase werden dann die Kommandanten bewegt. Das braucht keinerlei Wurf oder ähnliches. Jeder Kommandant kann sich 60 cm weit frei bewegen. Sollte er auf irgendeinem fliegenden Tier oder sonstigem sitzen, was ihn schneller macht, dann sind es 100 cm. So, das war der erste Einblick hier in die Warmaster-Regeln, in die Befehlsphase. Nochmal auf einen Blick. Also, am Anfang der Befehlsphase gilt es, Eigeninitiative zu nutzen, sofern möglich. Danach gibt man Befehle. Man wählt ein Charaktermodell aus, wählt eine Einheit, die es befehligen möchte und würfelt. Ist das erfolgreich, kann man weitere Befehle würfeln, so lang, bis man sich entscheidet, eben aufzuhören mit diesem Kommandanten. Oder ein Befehlswurf misslingt, dann kann man das mit dem nächsten Kommandanten machen. Wenn der General seinen Befehlswurf allerdings versaut, dann ist die Befehlsphase beendet. Und nachdem alle Befehle beendet wurden, dürfen sich alle Kommandanten noch bewegen. 60 cm bzw. 100 cm im Fall von einem fliegenden Kommandanten. Der Befehlswurf wird mit 2 W6 ausgeführt und muss unter oder gleich dem Befehlswert des Kommandanten sein. Auf die Befehlswürfe gibt es Modifikatoren, 5 verschiedene für Entfernung, für weitere Befehle, für Gegner im Umkreis, wenn sich die Einheit im dichten Gelände befindet oder wenn die Einheit Verluste hat. Mehrere Einheiten können gleichzeitig befädigt werden, wenn sie sich in einer Brigade befinden. Das heißt, sich gegenseitig berühren. Sie müssen am Anfang und am Ende dieser Bewegung in Kontakt miteinander sein. Sobald man mit einer Einheit in Kontakt mit einem Gegner kommt, hat man einen Nahkampf ausgelöst. Der wird dann in der Nahkampfphase ausgefochten. Das war es von diesem ersten Einblick in die Warmaster-Regeln. In den nächsten Videos geht es dann um Gelände, Nahkampf, Beschuss, Magie und so weiter. Bis dahin macht's gut und danke fürs Zusehen. Solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen haben, dann schreibt gerne unten in die Kommentare und ich würde mich natürlich auch über ein Abo und einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.